Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir heute einmal wieder 5 gruselige Videos ansehen, die von Menschen aufgenommen wurden. Und ja, auf jeden Fall, ich habe diesen Channel Dark Pixels jetzt ausgewählt und ich werde mir auf jeden Fall von ihm die Top 5 ansehen. Und ich würde mal sagen, let's go. So, Holpix Cube. Er tanzt ein bisschen, chillt ein bisschen, ja. Okay. Hä? Was war das? Schaut aus wie ein Gesicht, was er vorbeizieht. Alles klar. Okay. Weißes Gesicht. Okay. Aha. Alles klar. Was ist denn das? Was ist denn das? Das sind sicher Haare. Ist das wie ein Mädchen? Äh, okay. Nee, nicht so cool. Nicht so cool. Okay. Was ist denn da ist nichts dahinter. Nichts. 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 Okay. Super komisch. Alles klar. Okay. Nee, das ist echt komisch. Okay. Alles klar, Mann. Okay. Da ist ein Spielplatz. Ich kann die Sprache nicht lesen, aber... Ich kann das nicht lesen. Ich kann das nicht... Hm. Was ist denn das? Ja, aber was ist mit der Kugel? Das war nicht er? Das war nicht er? Der, der Kugel da genommen hat? Das war nicht er? Okay, mhm, 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 mhm. Ich weiß nicht, hm? Bin mir nicht so sicher, alles klar. Sieht aus wie ne Kinderhand. Sieht aus wie ne Kinderhand, 100%. Sieht aus wie ne kleine Investigation von so nem Haus, ne? Ob das Haus verflucht ist oder nicht, ne? Oder generell einfach nur das Durchgehen durchs Haus? Hm? Das war komplett zugesperrt. Die Tür. Vielleicht für einen Sinn, ja. Zugesperrte Türen haben vielleicht einen Sinn. Ja, was ist jetzt? Jetzt, was ist jetzt? Ja, die Tür will sich wieder zumachen. So wie sie gerade verheiratet. Ja, genau. Hm. Ah, genau. Ja, genau. Mach die Tür noch einmal auf, genau, ja. Gut, gut. Ne? Damit du dich dann selber einsperrst da drinnen, wenn du da reingehst. Das ist sehr gute Idee. Alles klar, Mann. Bitte danke, ne? Lass die Tür bitte... Ja, ich verstehe, dass keiner da die Tür angegriffen hat und dass da kein String oder sowas ist. Ich weiß. Ich weiß. Ist okay. Ich brauche das nicht. Ist okay. Ja. Ist okay. Ich weiß, dass die Tür sich selber aufgemacht hat. Ist okay. Ja. Ist okay. Du brauchst es mir nicht tausendmal beweisen. Ist okay. Ich verstehe schon. Gib mal, ja. Das hast du noch einmal. Okay. Ist das schon witzig, Alter. Alles klar, Mann. Nur... Nochmal. Nochmal. Es ist das, Alter. Alles klar, Mann. Ne, man sieht das schon irgendwo in die Gesichter, dass das nicht so gefakt oder sowas ist. Schaut es mich krasser? Ja, ey. Hey. Alles klar, okay. Ja gut, ja. Sehr unerklärlich, wenn ich ehrlich bin. Sehr gruselig. Wirklich super gruselig. Aber wenn die da stehen, dann bewegt sie sich nicht. Doch, okay. Alles klar. Okay. Nochmal, das dritte Mal. Und jetzt sehen wir den letzten an. Und zwar den da. Was auch immer hier passiert. Schauen wir mal. Das sieht der Deckel leider schon ziemlich komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Was ist da? Nichts. Okay. Alles klar. Da war jetzt gerade irgendwie gar nichts. Licht für eine gute Idee. Licht für eine gute Idee. Und dann sind wir gar nichts. Oder sonst würde der sich nicht erschrocken. Alles klar. Heftig, Alter. Ganz ehrlich, heftig. Wirklich. Das sind echt krasse Videos. Und ich weiß gar nicht, was ich manchmal so dagegen sagen kann. Was das irgendwie ist. Was das auf die Art. Ich meine natürlich, man kann sagen, das, 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 das. Oder so. Aber diese Videos sehen echt ziemlich cool aus. und ich glaube denen auch irgendwo so ein bisschen. Deswegen, naja, natürlich kann das gefakt oder so sein, aber ich glaube mal, dass die meisten Sachen da wirklich sogar real sind. Deswegen, naja, okay. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like da und abonniert meinen Kanal für mehr und dann würde ich mir sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.